Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute Abend Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank. 20 Uhr unserer Zeit und es gilt als ausgemachte Sache, dass die Zinsen um ein Viertelprozentpunkt ansteigen werden. Was wesentlich interessanter ist, was die Notenbank dann sagt zum Thema Wirtschaftsentwicklung, Inflationsentwicklung, Arbeitsmarkt. Also man versucht dann herauszulesen, wie es weitergeht mit den Zinserhöhungen, in welchem Tempo, wann die nächste Zinserhöhung kommt. Trotzdem hält sich der DAX relativ stark. Wir starten etwa bei 12.800 Punkten. Also noch einmal ein kleines Plus im Vergleich zu gestern. Aus Unternehmenssicht heute besonders wichtig, die Hauptversammlung bei Air Berlin kriselt ja weiterhin. Man braucht dringend Geld. Man hat angefragt um eine Bürgschaft des deutschen Staates. Aber außer Air Berlin selber scheint das kaum einer zu wollen. Insofern ganz interessant, was da heute gesprochen wird. Schauen wir kurz die Vorgabenseite an. Dow Jones auf Rekordniveau unterwegs. Feuert hier kräftig. 0,4 Prozent geht es nach oben. In Tokio kommt das nur bedingt an. Da tritt man mehr oder weniger auf der Stelle. Und in China geht es sogar leicht nach unten. Schauen wir jetzt auf die Top-Themen des Tages und kommen zunächst einmal bei Linde vorbei. Industriegasekonzern. Hier könnte man Probleme bekommen, denn Katar fällt aus als Lieferant von Helium. Jetzt ist Katar hinter den USA zweitgrößter Helium-Lieferant und macht seine Fabriken zu. Warum? Ja, wegen der Sanktionen. Saudi-Arabien macht hier die Grenzen zu oder hat die Grenzen zugemacht. Man kriegt das Helium einfach nicht außer Landes. Jetzt hat Linde gesagt, ja, das wird unsere Produktion entsprechend beeinträchtigen. Wie stark, hat man allerdings nicht gesagt. Zahlen gab es bei Gary Weber, dem Modekonzern. Der Stick in Schwierigkeiten steckt. Hier das erste Halbjahr relativ schlecht gelaufen. Hier bricht der Gewinn ein. Umbaukosten belasten. Schauen wir uns die Zahlen kurz an. Unterm Strich 1,7 Millionen erwirtschaftet nach 3 Millionen im vergangenen Jahr. Auch der Umsatz geht relativ deutlich zurück. Man hat ja Filialen geschlossen und dieses Jahr, was wir gerade hier betrachten, das soll wohl ein Übergangsjahr sein. Man ist im Plan, sagt Gary Weber. Und der sagt eben Umsatz- und Gewinnrückgang. Dann haben wir noch einen Börsengang. Wir hatten bereits darüber berichtet. Fabiano, die Restaurantkette, will an die Börse gehen. Jetzt gibt es Details. Und zwar am 27. Juni soll der Börsengang sein. 200 Millionen Euro schwer. 85 Millionen etwa will man einnehmen. Und das stecken in die Eröffnung neuer Restaurants oder auch die Übernahme von anderen Restaurants. Wie gesagt, 27. Juni ist dann hier der wichtige Termin. Schauen wir noch kurz auf die Zahlen. DAX eröffnet mit 12.798 Punkten. Dow Jones relativ deutlich im Plus gewesen auf Rekordniveau. Der Euro klettert leicht. Gleiches gilt auch für den Goldpreis. Bastian Gralischka, unser Chart-Experte, heute zu Gast bei Charts & Co. zu DAX, Euro, Dollar und den Tech-Werten. Bastian Gralischka, unser Chart-Experte, heute zu Gast bei Charts & Co. zu DAX, Euro, Dollar und den Tech-Wertsengang. Bastian Gralischka, unser Chart-Experte, heute zu Gast bei Charts & Co. zu DAX, Euro, Dollar und den Tech-Wertsengang. Bastian Gralischka, unser Chart-Experte, heute zu Gast bei Charts & Co. zu DAX, Euro, Dollar und den Tech-Wertsengang. Bastian Gralischka, unser Chart-Experte, heute zu Gast bei Charts & Co. zu DAX, Euro, Dollar und den Tech-Wertsengang. Bastian Gralischka, unser Chart-Experte, heute zu Gast bei Charts & Co. zu DAX, Euro, Dollar und den Tech-Wertsengang. B Erik, heute zu Gast bei Charts & Co. zu DAX, bis DAX, Euro, Trink Gralischka, Goldreite.